Das Kloster Gerlewe bei Billerbeck. 37 Männer gehören dem Benediktinerorden hier an. Einer von ihnen ist Pater Ralf Greis. Die Benediktiner sind ja so in Westeuropa die älteste Gemeinschaft aus dem fünften, sechsten Jahrhundert. Da steckt eine Menge Erfahrung drin, Lebenserfahrung durch die Jahrhunderte, die geteilt, die weitergegeben wird. Und es ist ein großer, weiter, weitherziger Rahmen, wo eine Menge Platz drin hat. Vor seinem Eintritt in den Orden hat Pater Ralf Theologie und Musik studiert. Sein Platz ist nun unter anderem hinter dem Spieltisch der Orgel. Der 50-Jährige ist leidenschaftlicher Organist. Ein Platz im Chorgestühl, ein Leben lang. Bei den Benediktinern ist das Kloster, in das sie eintreten, das Kloster, in dem sie ein Leben lang bleiben, ohne versetzt zu werden. Eine Zeit gefüllt mit Arbeit und Gebet. Auch so mit den Gebetszeiten, sechs Gebetszeiten am Tag einschließlich der Messe sind das schon zweieinhalb bis drei Stunden. Manche fragen sich, wird das nicht langweilig, hältst du das aus, wird das nicht zur Last? Nee, das ist irgendwo für mich ist das ein Luxus. Ich lebe daraus. Das gibt mir Kraft, ist mir noch nie langweilig geworden, gebe ich ehrlich zu. Manchmal bin ich morgens ein bisschen müde, aber wenn ich dann auf bin, bin ich auch da. Ich bin gerne hier. Gerne hier sind auch die vielen Gäste. Getreu dem Ordensgründer, dem heiligen Benedikt von Nosia gelten nicht nur die Regeln des Gebets, sondern auch der Gastfreundschaft. Ins Gästehaus oder in die Klostergaststätte kommen immer Besucher. Aber bleiben für immer? Das wollen nur die wenigsten. Treten überhaupt noch Männer in den Orden ein? Eintreten relativ wenig. Eigentlich nein, gar keiner, sagen wir es ehrlich. Leider. Aber über die letzten Jahre, ich habe immer wieder Interessenten gehabt, die kommen, die sich melden, die schreiben, die anrufen, die vorbeikommen, die ein paar Tage da sind, sich interessieren. Und das heißt eigentlich schon, dass die irgendwo was gehört haben, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Und wenn wir an das Konzept von Berufung noch Glauben, dann traue ich denen und traue Gott selber zu, dass er Menschen beruft und die kommen. Am Ende traut sich nur tatsächlich keiner einzutreten und es mal zu riskieren, ob es das sein könnte. Das ist natürlich schade. Pater Ralf gehört zu denen, die es riskiert haben. Er hat es nicht bereut, zumal es hier viele Freiheiten gibt, die man so vielleicht nicht erwartet. Die Theologie ist ja Gottesdienst in dem Sinne, dass es Gottesdienst an uns ist. Und wir geben dem Herrgott Raum, dass er was für uns tun kann. Und da darf ich mich jeden Tag drüber freuen. Das habe ich sehr gerne. Und ansonsten passt da alles rein, von wissenschaftlicher Theologie über Musik, das sind so meine beiden Fächer, ganz ehrlich gesprochen, bis hin zur Landwirtschaft haben wir leider nicht mehr, aber im Garten arbeiten, Exerzitienkurs in unser Exerzitienhaus geben. Es hat alles Platz. Es haben verschiedene Formen von Frömmigkeit, haben im benediktinischen Raum. Auf der Basis des gemeinsamen Gottesdienstes hat es der eine mit der Meditation, der andere mit dem Rosenkranz. Mir ist die Heilige Schrift sehr wichtig. Es passt alles rein. Weil hier Platz ist für Weite und Weitherzigkeit, gibt Pater Ralf die Hoffnung nicht auf, dass es weitergehen wird mit den Benediktinern im Kloster Gerlewe. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020